Hi, ich bin Lukas und am Standort Düsseldorf positioniert. Hierbei befasse ich mich mit Performance-Improvement-Projekten oder auch Restrukturierung und Transformation. Wir versuchen wir Unternehmen zukunftsorientiert aufzustellen, indem wir Prozesse effizienter gestalten, Kosten optimieren oder auch einfach das gesamtheitliche Geschäftsmodell in Frage stellen. Manchmal ist es aber auch so, dass wir schnell handeln müssen, Unternehmen aus der Krise heraus zu retten. Persönlich bin ich ein absoluter Adrenalin-Junkie und ich mag einfach diese schnell und dynamisch wechselnden Projekte. Vor meiner Zeit im Berufsleben habe ich mich sehr viel für NGOs eingesetzt und war ehrenamtlich tätig und ich glaube da sehe ich für den Mehrwert drin, dass ich nachhaltig Lösungen unterstützen kann, die auf langer Sicht wirklich einen Mehrwert bringen. Das Cross-Office-Stuffing bietet mir die Möglichkeit, immer wieder neue Leute kennenzulernen, als auch mit diversen Teams zusammenzuarbeiten und das ist besonders das, mit dem ich mich persönlich identifiziere. Mein Entschluss, in die Beratung zu kommen, war eigentlich relativ früh klar. Ich habe viele Praktika in dem Bereich gemacht, habe dann aber gemerkt für mich, dass es mir besonders wichtig ist, selbst zu wachsen als auch mit dem Unternehmen und hier bekomme ich die Möglichkeit, mich zu entwickeln und eine steile Lernkurve zu haben, als auch das Unternehmen mitzunehmen und in eine neue Welt zu transformieren.